Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Liebe Dolores Ich habe Dr. Shirley Klavierspielen sehen. Ich glaube, er ist ein Genie. Na los, nehmen Sie. Ich möchte keine Fettflecken auf meiner Decke. Oh, ich mag keine Fettflecken auf meiner Decke. Dieser Gentleman sagt, ich sei hier nicht erwünscht. Wird mir leid sein. Wie kann er denen allen lächelnd die Hand schütteln? Weil man Herz braucht, um die Einstellung der Menschen zu ändern. Was machst du da? Schreiben einen Brief. Darf ich? Liebe Dolores, manchmal erinnerst du mich an ein Haus. Ganz schön armselig, Toni. Schreib lieber das. Von dir getrennt zu sein, bringt mich fast um den Verstand. Mich in dich zu verlieben. War für mich die einfachste Sache der Welt. PS Kuss an die Kinder? Das ist wie eine Kuhglocke am Ende von Shostakovich Siebter. Ist das gut? Das ist perfekt, Toni. Ausschwecken! Gewalt siegt nie. Gewinnen kann man nur mit Würde. Du kennst deine eigenen Leute nicht. Du, Mr. Big Shot, gibst Konzerte für die Reichen. Wenn ich nicht schwarz genug bin und nicht weiß genug, dann sag mir doch, Toni, was bin ich? Jeder kann sich anhören wie Beethoven. Aber die Musik, die du machst, kannst nur du allein. Was machen wir mit den Knochen? Ganz einfach. Hib ihn auf, Toni. Wir fressen eh die Eichhörnchen. Hib ihn auf. Hib ihn auf. Hib ihn auf. Hib denn. Hib ihn auf.